Zittern, es ist wie es ist, Renovierung im Elefantenhaus, Turbokapitalismus, angekündigtes Ende in zwei Wellen, Problemlösungskonferenz, Meteorideneinschlag, Europa trifft Europa. Europa ist ungefähr 3,40 Kilometer groß, das gibt einen ziemlich schönen Krater. Durststrecken, alles auf Anfang, Lösung, Ende und Abstrahlung ins Weltall. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir leben hier nicht mehr, schon lange, schon lange nicht. Es sind noch Sachen vor uns da, schon lange, schon lange. Zusammen, nicht wenig, von manchen zu viel. Das meiste ist abgelaufen. Wir nehmen hier, schon lange, schon lange nicht. Wir leben hier nicht mehr. 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 Wir leben hier nicht mehr.